hallo und herzlich willkommen schön dass er auf mein Video angeklickt 3 geklickt hast er jetzt es nun die zweite Folge und wir haben gucken was jetzt so noch schönes erleben ich glaube die Musik ist bisschen zu laut Option ein bisschen leise machen so machen wir mal so mal gucken leise? alles gut oh bisschen leise ist es schon so mal gucken gut oh der Gegner oh das noch einer shit shit ich braine ok das Feuer ist A nicht gut für vor die Teile oh 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 zu brennt schnell weg benutzt okay ich muss meinen reinen ich glaube ich ja auch hier mal sterben war ich nicht so bestes spieler bin hier und Es wird heiß am dobs Muss ein bisschen konzentrieren ja hier lang Soll ich sagen jetzt, hast du da vergessen Ist egal So und hab Ob ich bin jetzt gleich draußen Ah ist doch feuerfest. Wom rennt er da weg? Und durch die Flammen rennt Wie cool da rauskommt er Grinsmen Lass mal was trinken Ah zu weit Oh, das hab ich jetzt nicht gesehen Was du feuer noch? Ja 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 ящ Krähe Oh, shit Ich habe nicht mehr viel Energie Los, und Äh, drauf drücken Hab's geschafft? Ich hab's geschafft Yeah Oh, ist eigentlich ein Ja Sperrhacke Ist gut, nimm mal die Schaufel Stingy Jack The genius trickster who could fall Even the devil himself Has returned to the mortal realm Armed with a brand new body In his soul cruelly bound To a festering pumpkin Jack has been joined by his stoic guide The owl And commandeered the services of a cowardly crow To fight on his behalf But there must be no more time For fun and games Jack and his companions of the night Must embark upon their quest To slay the wizard Jack now perfectly attuned to his new vessel The owl leads him to the mountains In the distance For at the heart of the mountains Through a network of ancient minds Lies a powerful secret To a was kommt so okay dinger kann ich kaputt machen immer da okay wird die schaufel na eule was gibt ich muss mir zweimal machen also gehen wir in die mine ok warum glüht es jetzt hier manchmal denke ich ja das schaffst du gar nicht hier muss runter oder ich brauche ein bisschen energie ich habe gespeichert wo ist das was sagst du ich glaube hier runter ja ich weiß das ist die entfernung das schwer einzuschätzen finde ich persönlich so gesagt denkst du schaffst du schaffst du nicht ich glaube ich muss das hohe So, da? Ja. Da ist schon das Ding kaputt. Ja. Das ist wie mit den Ratten. Eins von 20. Also ich habe jetzt einen Haufen von Osenia oder was. Äh, die letzte Runde. Oh, ich gehe erstmal speichern. Das bestimmt. Das Dynamit. Ich glaube, ich muss die Krähe mal dranfliegen oder so. Oder irgendwas. Oh, hier bezeugen. Ich bin bestimmt die Kugel, oder? Okay, das ist... Nee, doch nicht. Genau. Äh, immer so gucken, wie was, was machen muss. Ich habe erstmal hier drauf und gucken, was hier ist. Okay, das geht runter. Ah, alles klar. Ich muss die Kugel dahin rollen, denke ich noch mal. Oh, wie heute hier richtig. Gut. Nein, das passt du da oben. Mhm. Okay, hier ist nix. Ah, ich hole erstmal dahin. Also schon drüber springen, jawohl. So, auf gott zum Schluss. Fällt mir die komplette Kugel herunter. Und? Sehr schön. Er hat's geschafft. So, gut, weiter geht's. Der Heu ist aus hier. Oh, die ist besoffen. Die Väter-Maus. Ja. Oh, jetzt kommt da alles. Ratten. Und? Der Heu ist unten da. Ui, 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 ui. Gut, einmal weg. Ah, da. Jetzt fahr' ich bestimmt, ne? Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Doch, doch. Ich bin halt Irran, lass mich. Und los. Mal gucken, ob ich da springen muss. Ich muss lenken, oder? Oh. Ach, scheiße. Ja, wir holen's wieder mal. Ja, aber ist nicht schlimm. Einmal besiegt. Ist halb so wild. Und? Ah, ich muss auch nach linken. Wie hier aus der Bahn fliegen. Also, es spielt schon Abwechslung. Ja, ich bin mal dasselbe hier rumgekloppert. Oh, es macht schon Spaß. Ich bin mal dasselbe imnach. Aber knapp. Wie die kriegen immer um Macht, ja. Halb ich. Was ist das? Was ist das? Habe ich einfach dummer Geringer, ja Habe ich es geschafft, ja Sehr schön Warte ich speichere So Schön Oh Armbrustschütze, oder? Krähe, komm Was mit der Heushuse wegmachen Ah Na toll Ähm Oh Oh, war knapp Ok, wie komme ich da jetzt da rüber? Komme ich da rüber? Ich muss da rüber Nein Oh Oh Gut, ist noch einer Oh, ich brauche Energie, mal gucken Da hinten ist nur noch Geister Ne Kann ich komplett kloppen? Warte Da oben ist was Na Na Ne Ne Ja Das Ich brauche Ich brauche Da Ich brauche Ja Ich brauche Ich hab ich muss doch hoch es geht doch nicht weiter wir sind noch dann geht es nicht aber wir sind hier Nein, nein, komm hoch, check. Nein, gut. Wie lang läuft. Wollte ich also machen. Nein, 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 nein. Huuu, gerade mal. Ich muss mal hier hoch. Das war's für heute. Jawohl, wunderbar. Einwandfrei. Oh, ich muss ganz wieder zurück machen. Äh, einfach vorne. Das ist ja, ob der Oma da mal... Ja, ich hatte ja schon... Oh, ja, die... Na gut. Noch mal von vorn. Ich werde auch mal nervös. Gut. So. Oh, mein. Kommt ja, danke. Ja, danke. Glauben. Bestimmt. Ja. Jetzt lang. Oh, Junge. Das... Weiß, vielleicht machen wir einen Fehler mit dem Doppelsprung immer. Oh. Oh, hier muss ich... Oh, schreien. Oh, was ist das? Ein Buch? Ne. Gut, dann speichle erst mal. Und sage erst mal, macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ähm... Vielen Dank.